Ja, liebe Freundinnen und Freunde am Bildschirm, schön, dass wir zusammen sind. Und ja, wir halten Abstand und wir halten zusammen. Das ist gerade so in Deutschland und das ist gut. Wir nehmen Rücksicht aufeinander und sind geduldig. Die meisten jedenfalls, meistens jedenfalls, ich auch. Die Sehnsucht nach unbeschwerter Heiterkeit wächst. Das ist verständlich und das geht vermutlich allen so. Bei mir ist es die Sehnsucht nach meinen Enkelkindern, nach Freunden in der Nähe und nach all dem. Was aber auch leider wächst, ist die Unvernunft, die Scharfmacherei, die Kakophonie. Und wenn es nur einzelne oder unbekannte Stimmen wären, dann wäre es ja okay. Aber es sind eben leider auch die Laschets und Lindners, die zu Verunsicherung und Chaos beitragen. Und das ist ein Problem. Unsere Haltung ist klar, wo wir mitregieren, wo wir in Verantwortung sind, da tragen wir die Verantwortung auch in den Ländern, genau wie im Bund. Dort haben wir die Sofortmaßnahmen mit beschlossen und einige Verbesserungen herbeigeführt. Das ist gut, aber das reicht noch lange nicht. Deswegen, wir sind konstruktiv und kritisch. Es fehlt an so vielem. Es fehlt an Zusagen an die Kulturschaffenden, bei der Kurzarbeit an Verbesserungen und an Verbesserungen für die Kinder zum Beispiel. Und vergesst die Klimakrise nicht. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir in Zukunft nicht mehrere Krisen gleichzeitig haben. Eine Pandemie auf der einen Seite, die Klimakrise, Anstieg der Weltmeere, das Artensterben auf der anderen Seite. Nach der Krise kann nichts sein wie vor der Krise. Und ich sage bitte, kein Zurück in das Davor, kein Zurück in die fossile Zeit, kein Zurück mehr in alte Egoismen, in Nationalismen. Kein Zurück. Was wir jetzt brauchen, ist Zusammenhalt und Zusammenstehen. Und dazu in aller Kürze vier Punkte. Wir werden die alte Form unseres Wirtschaftens überdenken müssen. Nur so kommen wir mit der Wirtschaft auch wirklich wieder in Schwung. Anständiges Wirtschaften ohne Ausbeutung von Menschen und Natur. Stärkung regionaler Kreisläufe, europäisches Denken und Handeln natürlich. Globale Solidarität. Es kann keine, keine Konjunkturhilfe geben aus der Krise heraus, ohne mehr Nachhaltigkeit, mehr Umweltschutz und mehr Klimaschutz, liebe Freundinnen und Freunde. Europa muss unabhängiger werden. Es kann doch nicht sein, dass wir monatelang keine Schutzkleidung haben. Susan hat gerade darauf hingewiesen. Und was auch nicht sein kann, und deswegen müssen wir jetzt Druck machen, dass das beim Impfstoff dann wieder so ist. Wir brauchen eigene Kapazitäten. Wir brauchen Forschung. Und die muss dann allen zur Verfügung stehen, genauso wie der Impfstoff. Das ist auch Solidarität, auch mit den Ländern des Südens. Die Krise zweitens verschärft Ungleichheit und sie schafft Neue. Die einen haben das Geld weiterhin am ersten in voller Höhe auf dem Konto. Die anderen haben Kurzarbeit oder machen sich riesengroße Sorgen. Selbstständige, kleine Unternehmerinnen und Unternehmer, Künstlerinnen und Künstler, die nicht wissen, wie, wann und wo es weitergeht. In noch größerer Not sind diejenigen, die sowieso schon in prekären Verhältnissen gelebt haben. Was der Bundesregierung gerade einfällt, ist, die Armspeisung kommt jetzt nach Hause. Das ist nicht fair und das ist auch nicht anständig, liebe Freundinnen und Freunde. Was muss denn sein, wenigstens jetzt in der Krise etwas auf den Regelsatz drauf zu tun? Das wäre normal. Ein Zuschlag für die Pflegekräfte. Das ist jetzt gut und richtig, aber sie brauchen eben auch dauerhaft mehr Geld und dauerhaft bessere Löhne. Und es ist krass, was die Frauen in dieser Phase leisten, liebe Freundinnen und Freunde. Zu Hause den Laden am Laufen halten, auch noch im Job die Kinder betreuen und beschulen. Alles das macht mir große Sorgen, auch wenn ich an die Gewalt denke, die zunimmt in diesen Tagen. Drittens, wir müssen nicht nur denen helfen, die am lautesten ihre Lobby auf den Weg bringen. So richtig es ist, der Autoindustrie zu helfen, so klar muss sein, wir dürfen die Schwächsten nicht vergessen. Und vor allem diejenigen auch nicht, die einem nicht jetzt Garten und Terrasse haben. Nicht alle können in dieser Phase einigermaßen frei leben. Den Kindern geht Corona auf die Nerven, zu Recht. Und sie müssen jetzt wieder regelmäßig, wenn auch mit Abstand und allen Hygienevorschriften, ihre Freundinnen und Freunde, ihre Erzieherinnen sehen und ihre Lehrerinnen. Und den Alten geht Corona auf die Seele. Sie sitzen häufig ganz allein im Alten- oder Pflegeheim und wissen nicht mehr, was ihre Zukunft bedeutet. Es ist die Aufgabe von Politik, dafür zu sorgen, dass das nicht geht, liebe Freundinnen und Freunde. Und dass eine Frau Giffey, die Familienministerin, noch nicht mal dafür sorgt, dass sie dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, dabei ist im Corona-Kabinett. Das kann verstehen, wer will. Und noch eines ganz zum Schluss. Corona kann nicht überdecken, dass der Hass und der Hetze weitergeht. Die Populisten und die Verschwörungstheoretiker haben keinerlei Antworten. Und mich besorgt, dass Wissenschaftler, verantwortungsbewusste Wissenschaftler wie Professor Drosten bedroht werden. Mich besorgt, dass gestern hier in Berlin ein Team der Heute-Show attackiert wurde. Das ist ein Angriff auf die Demokratie. Wir werden wachsam sein. Wir werden wachsam bleiben. Auch dafür braucht es uns. Uns Grüne. Mehr als 100.000. Weil wir beides können. Das jetzt und das danach. Deswegen seid umschlungen. Haltet Abstand und haltet zusammen. Danke.